In unserer interaktiven Karte können Sie mit Rechtsklick Geokoordinaten oder Adressen auslesen, Stops als Start-, Ziel- oder Zwischenstationen hinzufügen, sowie die Adresse mit Bezeichnung, Ansprechpartner und Kommentaren speichern. Sie können Ihre LKW-Route auf der Karte einfach manipulieren, indem Sie die blaue Linie mit gedrückter linker Maustaste verschieben. Der erzeugte Via-Punkt kann mit gedrückter Maustaste erneut verschoben. Oder mit einem Klick einfach entfernt werden. Dies ist besonders hilfreich bei Vierverbindungen. Unser Kartenmaterial enthält verschiedene Ebenen. Die Ebenen können über den Button links oben in der Karte ein- und ausgeblendet werden und umfassen Live-Verkehr. LKW-Beschränkungen Umweltsonen Verkehrsstörungen Satellitenbilder Grenzübergänge mit Live-Grenzübergangszeiten und Favoriten Die LKW-Beschränkungen sind standardmäßig aktiviert und durch rote Linien mit Schildern auf der Karte erkennbar. Wenn Sie die Verkehrsebene aktivieren und ausreichend zoomen, können Sie die richtungsgebundene Verkehrssituation in Echtzeit sehen. Grüne Farbe bedeutet, dass die Straße frei ist, gelb bedeutet leichtes Verkehrsaufkommen, rot bedeutet schweres Aufkommen und schwarz bedeutet Vollsperrung. Unser Kartenmaterial wird regelmäßig aktualisiert und Sie haben die Möglichkeit, uns fehlende oder nicht mehr aktuelle Restriktionen mitzuteilen. Im linken Bereich unterhalb der Adressleiste befinden sich die roten Optionen, mit denen Sie das Fahrprofil weiter anpassen können. Hier können Sie zusätzliche Einstellungen vornehmen, die sich auf die Maut, die Kosten und die Strecke auswirken. Dazu gehören Parameter wie die Anzahl der Achsen, das zulässige Gesamtgewicht, die Höhe, die Achslast, die Emissionsklasse, die Durchschnittsgeschwindigkeit und Zusatzkosten. Es ist auch erwähnenswert, dass unser System gefahrgutfähig ist. Einstellungen zum optimierten Routenverlauf von Gefahrgut finden Sie ebenfalls auf der linken Seite unter den Routenoptionen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Live-Verkehrsdaten zu nutzen. Es wird Ihnen nun die optimale LKW-Route mit den aktuellen Verkehrsdaten berechnet. Wie Sie sehen, ist aktuell in Paris die Hölle los. Wenn Sie Live-Verkehrsdaten zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit angeben, werden historische Daten verwendet, um die beste LKW-Route zu berechnen. Der Standard-Routing-Modus bietet in der Regel die schnellste Route, während der kostenoptimierte Modus die kostengünstigste Route findet. In Ländern wie Frankreich kann die Option Maut vermeiden genutzt werden, um Maut auf Autobahnen zu umgehen. das course beim Truff bloß sind. Dann habe ich das mit dem System gefahren. remember ich tatsächlich. vielleicht nicht 언제 beginne ich euch das Anlieue bekommen. das ist so ein Scary-Verkehr inszenDE trends. Das ist ja das, das heißt, ich sage schon immer wieder B deber der LKW-Route. Vielen Dank.